Guten Tag zusammen, mein Name ist John Marco Woh und Sie sind auf dem YouTube-Kanal Jörg's Welt der deutschen Sprache. Das ist das 46. Video aus der Videoreihe Die Aufgaben zu Lektionen und gleich geht die Aufgabe 10 zur Lektion 23 los. Beantworten Sie die Fragen im Einklang mit dem Bild. Diese Aufgabe hat 10 Beispiele, 10 Fragen und 10 Bilder. Die Antworten formulieren Sie bitte mündlich. Für jede Antwort haben Sie 18 Sekunden Zeit. Hören Sie die Frage und schauen Sie sich das Bild an. Formulieren Sie die Antwort im Einklang mit dem Bild. Achten Sie dabei auf die Symbole, die neben der Frage stehen. Sie deuten darauf hin, welcher Artikel benutzt werden soll. Schauen Sie sich zuerst das Beispiel an. Schauen Sie sich auf die Frage stellen. Schauen Sie sich auf die Frage stellen. Schauen Sie sich auf die Frage stellen. und schlussendet ihr aus dem Schleuch. Sie sich auf die Begründung auf die Begründung des Schleuches. Sie werden Sie sich auf die Begründung des Schleuches. Sie sehen sich erst einmal die Begründung des Schleuches. Was kaufst du? Ich kaufe den Sessel. Was machen Sie? Sie spielen Fußball. Was braucht sie? Sie braucht einen Teppich. Was braucht er? Er braucht seinen Reisepass oder seinen Pass. Was brauchen deine Kinder nicht im Sommerurlaub? Meine Kinder brauchen keine Winterkleidung im Sommerurlaub. Was brauchst du im Urlaub? Im Urlaub brauche ich mein Feuerzeug, mein Portemonnaie oder meine Geldbörse, meine Sonnenbrille, mein Handy und meinen Schlüssel. Was braucht er nicht im Urlaub? Er braucht keine Bücher, kein Handy und keine Brille im Urlaub. Was verkauft ihr hier? Wir verkaufen hier das Bett, die Lampe, das Bild, den Stuhl, den Tisch, den Schrank und das Sofa. Was braucht ihr Sohn im Sommerurlaub? Ihr Sohn braucht seine Strandspielzeuge oder Sandspielzeuge im Sommerurlaub. Was braucht ihre Sonnencreme, ihre Körperpflegemittel und ihren Kulturbeutel. Was braucht deine Schwester im Sommerurlaub? Was braucht Anna? 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 Anna kauft eine Nagelfeile, einen Nagellackentferner und einen Nagelknipser bei dm. Was sehen Sie hier? Ich sehe hier einen Löwen, einen Bären und einen Tiger. Welche Haustiere hat dein Bruder? Mein Bruder hat ein Meerschweinchen. Einen Hasen, eine Katze und einen Hund. Was macht der Mann? Der Mann küsst den Affen. Was macht das Kind? Das Kind fährt in Leiner. Und das ist alles in diesem Video. Ich hoffe, dass Ihnen das Video gut gefallen hat und dass Sie diesen wunderschönen Tag auch genießen. Bis dann im nächsten Mal. Tschüss.